recht herzlich willkommen zur 46 folge von planet nomads update 8.7.1 ist es jetzt und man kann bunte steine machen und so ein paar bug fixes haben sie gemacht keine ahnung was dann noch war nichts wichtiges eigentlich wird ja gut was haben wir vor wir haben letztes mal also den bio generator da angeguckt da waren diese zehn prozent noch drinnen dieses rote button mäßige lass uns mal hier noch biomasse holen um den zu füllen damit das vielleicht weg geht ob ab batterie schon das erste mal er läuft nun haben wir auch und müde sind wir natürlich irgendwo gut jetzt hatte ich den rechten knopf gedrückt und also alle kaputt gegangen aber trotzdem noch biomasse gekriegt da sonst da noch was essen immer zu war zum generator und packen erst mal was ein so dann die biomasse da rein sind wir genug jetzt das rote nicht mehr da oder oder rein denn der läuft gerade nicht dann sollten wir das mal erst mal rausnehmen essen ein und dann produzieren wir noch mehr davon dafür fünf stück von und los geht's okay das zeigt trotzdem noch nichts an ach so wir müssen tab drücken dann sehen wir das rote symbol wieder ok hat's halt nicht gebracht 47 sind drinnen ist ja reichlich aber meine ahnung gut wir gucken wir weiter also jetzt hier silber und aluminium das brauchen wir gerade nicht okay nicht so wichtig weitergehen gucken wir nach da oben mal was ist da oben wurzel von dem baum ist das naja ich glaube schon gehen wir nach hier weiter brauchen noch ein bisschen was an bio ab treffen ist pflicht nah und näher ran vielleicht da gab es zwei stück für da ist noch irgendeine pflanze die wir auch mitnehmen können wir gerade wieder näher ran wieder zwei stücke kriegt da ist eine schicke blume wir sind jetzt langsam aber nur noch 15 prozent ja stamina haben es damals übersetzen keine ahnung lebensenergie ist es nicht wirklich hausdauer vielleicht na gut die blume weg ist noch eine schwatte blume auch weg dass im busch sieht auf jeden fall schick aus den norm weg und dann ja weiter da war gerade irgendwer dann immer besser weg er kommt ich glaube dann müssen wir mal schnell flüchten das ist nicht so gut fliegen wir mal weg ok das ist noch da ich glaube er ist weg ok dann gehen wir mal runter weiter dann brauchen wir auf jeden fall mehr ausdauer gut ja das sind bananenbäume oder was sind das da für palmen dann gehen wir zurück glaube und wir können doch hier so einen schlaf kabine machen dann kriegen wir doch unsere ausdauer wieder oder gut dann müssen wir die bauen dann immer noch ein bisschen holz mit wie physik funktioniert ich glaube wir haben jetzt gerade schaden genommen ohne ende ja das ist nicht so toll und deshalb bauen mit 42 in halb geht das hoch ja das geht hoch langsam okay das war jetzt nix nur eine kohle fliegen wir zurück ja super das hat jetzt gut geklappt ein bisschen zu hoch geflogen und dann haben wir noch schaden genommen toll 39 jetzt nur noch irgendwie ist das so ein kopfschmerz zeichen da links jetzt müssen wir gucken was wir hier was fertig kriegen gehen wir jetzt mal hier zur essensmaschine und gucken was da drin ist essen erstmal was und dann nehmen wir da was raus zack darüber und trinken 70 ne das lohnt noch nicht kann auf jeden fall was essen dafür brauchen wir kohle und dreckiges wasser können wir mal machen mal was essen nehmen wir das und könnten auch von dem was nehmen wäre vielleicht besser da werden wir unsere lebensenergie wieder dann nehmen wir den oder wir haben nur drei ausdauer vielleicht ist es auch nicht so gesund die kohle dann mal rein dann könnten wir wasser machen ja es geht runter 38 8 das ist einer weniger worden ich glaube wir müssen doch ein essen eine bandage anlegen so ist es gut jetzt sind wir bei 53 7 jetzt wollen wir erstmal schlafsack vielleicht machen sehen wir da jetzt nicht ach so hier können wir den club auch drinnen machen genau da ist er da brauchen wir zwei stoff für und dafür brauchen wir was braucht man dafür natürlich kohle was sonst die uns wieder fehlt wie immer dann lasst uns die erst noch abbauen aber irgendwie gestaltet sich das schwierig hier ist unsere höhle gehen wir mal hin dann bauen wir noch was ab batterie leer wie immer wieder leer wieder aufladen die ecke hier abbauen ist das richtig ist eine ecke oder machen wir die ab wir brauchen kohle batterie ist wieder leer und nochmal und nix drin so hoch geht's ein bisschen plan planieren planieren nicht planen planen ist was anderes ne da kobold rausgeholt super brauchen wir nicht batterie ist wieder leer dann läuft ne reisen brauchen wir auch nicht da ist der ausgang ja hier gibt es silber und aluminium brauchen wir auch nicht irgendwie brauche ich eigentlich nur ein bisschen kohle aluminium toll ja und batterie leer super dann lass uns noch was essen trinken 244 war egal immer trotzdem ok das abbauen reisen was kriegen wir denn mal ein schönes keine kohle doch da ist er ein mehr ja weiter läuft's immer schön warten bis die batterie wieder aufgeladen ist ne essen kann auch was biopasta total lecker silizium und was ist das nächste kohle oder nicht aber erstmal batterie leer und nix ja wir haben kein carbon keine kohle ja das sieht so aus als ob das kohle wäre aber ist es nicht kommen wir mal platt ein bisschen das war so aus da ist der ausgang ok die ecke noch ein bisschen wegnehmen und warum man nicht kommen eigentlich gehen lassen hier ist noch so eine schwelle die machen wir weg die batterie ist wieder leer kohle kohle dann brauchen wir mehr davon wo ist die kohle batterie wieder aufladen wieder leer machen silber brauchen wir nicht noch ein bisschen platt machen das ja noch tiefer so jetzt aber und nix besonderes hier der kies oder was auch immer ist ne batterie leer ja voll doof ne immer wieder diese tolle batterie leer wir brauchen definitiv einen besseren anzug da ist nochmal silizium da ist nochmal silizium hol die ecke weg und nochmal eisen da bleiben wir eigentlich zwei nur das ist ein bisschen wenig ne da brauchen wir noch mehr vier brauchen wir glaube ich holt ja wieder die batterie leer läuft ne auch keine kohle die zimmerm auch genug glaube ich jedenfalls ja nächster abbauen ist nur oberflächlich vielleicht ich weiß es nicht ja ja Lithium nochmal und wieder und wieder ist die batterie leer so jetzt gehen wir mal gucken wo einmal da rein da ist noch eine kohle die können wir rausnehmen dann haben wir da eine mehr dann gehen wir mal rüber zum anderen hier 3d printer guck mal da sind noch vier drin dann nehmen wir die doch mal mit dann haben wir genug um Stoff zu machen dann gehen wir hier rein in den Drucker dann können wir den Stoff machen das erst noch reinsetzen zwei Stück und läuft und dann können wir das andere noch na das läuft dann schon so einmal Stoff ist da das zweite Mal das können wir noch stacken hier dann machen wir den Schlafsack und alles ist gut ne das rein alles rüber reisen so selber noch da rein alles ist gut jetzt haben wir den Schlafsack dann legen wir den dann legen wir den ja ne gehen wir in die Höhle zurück und schlafen in der Höhle gehen wir da mal rein ein bisschen ein bisschen platt nochmal an den Eingang da läuft's ja da müsste man mal schön glatt machen eigentlich ne ob das so mit so einer Engine geht ich weiß es nicht so jetzt nehmen wir den Schlafsack die zwei und dann brauchen wir noch was zu essen wir müssen noch ein bisschen Nachschub holen das war da genug haben um zu schlafen ne weil dann schlafen wir nachher und gehen kaputt weil wir nichts zu essen haben ne da wollen wir auch nicht ja nochmal 27 jetzt 26 nochmal einnehmen 33 abklingzeit abwarten noch ein 35 gehen wir jetzt 34 nochmal 5 gehen oder dann haben wir 59 äh 39 äh was wollen wir damit nehmen oder nicht nehmen das andere ist alles nicht das richtige hm so jetzt sind wir erstmal Mitte 2 unterwegs und schlafen noch 8 Stunden oh wir haben noch keiner gehabt wir haben vielleicht 5 gehabt was ist passiert oder weniger 5 sogar das geht aber nochmal ne und jetzt meckert da weil wir nicht genug haben wie wollen wir denn 30 nö sollte funktionieren oder zack schlafen trotzdem so hälfte der zeit eben das waren irgendwie dreieinhalb stunden oder sowas vielleicht so jetzt sind wir 70 das sieht doch besser aus und der schlafsack ist jetzt weg so gucken dass wir hier wieder glatt rauskommen ach toll das ist was anderes ne gehst du da hoch ja hm naja bauen wir noch ein bisschen ab ok zu essen zu wenig 25% nur noch wo kommen wir denn jetzt hier raus gute Frage ne da ist der ausgang und dann würde ich sagen das soll für die folge genug sein ich bedanke mich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss Yosh es wie alle sind liebe Morm bis dann das in den